Hallo und herzlich willkommen zurück zu diesem historischen Transport Fever 2 Projekt. Heute werden wir wieder ein bisschen weiter bauen und zwar werden wir eventuell das komplette Dreieck jetzt bauen. Sollten wir eigentlich den einen Bahnhof, der könnte prinzipiell noch weiter gehen. Dann bauen wir keinen Kupfbahnhof hin. Und den richten wir dann in die Richtung aus. Dann bauen wir mal eben einen Bahnhof. Richten den so in etwa aus. So etwa aus. Vielleicht eine Connection hier oder eher hier belassen würde ich sagen. Dann bauen wir auch noch eine Straße hin. Genau. Die Verbindung kriegen wir hin. Das ist ja gar kein Problem. Dann machen wir vielleicht direkt mal so. Die Connection. Wunderbar. Dann haben wir hier die Verbindung. Dann brauchen wir noch ein Straßennetz hier vorne. Das machen wir schon mal direkt, dass wir hier die, 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 die. Hm. Machen wir einfach mal hier ein großes. Oder? Ähm. Noch nicht ein andermal vielleicht. Ähm. Dann. Hier ein Stopp. Hier vorne ein Stopp. Hier ein Stopp. Hier ein Stopp. Dann verbinden wir das Ganze. Dann bauen wir hier vorne hin. Machen wir da vorne ein Stopp. Hier ein Stopp. Also das ist ja schon hier ein sehr, ein ziemlich gutes Gebiet, um ähm, in Zukunft hier ein paar Brötchen zu verdienen. Muss ich ja schon sagen. Ähm. Eine neue Linie. Von dort über hier. Dann machen wir hier den Bogen. Dann haben wir das auch. Dann haben wir hier. Ach Gott, was sind wir denn hier nochmal? Ähm. Ach. Gut. Äh. In Suni. Genau. Äh. Wenn ihr eine Idee habt, wie ich das Projekt nennen soll, dann schreibt es mir in den Kommentaren. Ich hab da irgendwas im Kopf. Aber das überzeugt mich noch nicht so richtig. Deswegen bin ich jetzt mal dabei. Also hier hat zwei Level. Okay. Ähm. Eigentlich müssen wir hier ja schon fast auf, äh, zweischwurig gehen. Dann müssen wir. Ja. Machen wir einfach mal. Und boah. Dann hier noch eine. Oh. Okay. Seiteneingang. Oh. Das ist aber. Mensch. Das ist ja richtig gute. Richtig viele Möglichkeiten, die man hier hat. So. Zack. Haben wir das auch. Ähm. Ähm. Genau. Dann können wir jetzt hier im Prinzip Shonking mit Suni verbinden. Allerdings. Wird geschweigert? Ne. Äh. Manchmal irgendwie ist das komisch, dass es nicht will. Haben wir hier ein Depot? Ne. Warte. Haben wir schon eine Menge Leute? Äh. Da haben wir. Ne. Das ist Commercial Street. Da haben wir das Straßendepot. Oh. Menschensknass. Ähm. Genau. Dann kaufen wir. Kaufen wir 10. Wir kaufen 10. Und weisen die Suni zu. Dann machen wir eine. Connection. Wie sieht es mit den Höhenlinien aus? Das wäre auch gut zu wissen. Okay. Dann gehen wir hier vorne rüber. Und verknüpfen jetzt. Erstmal die Suni. Mit Shonking. Können wir uns ja hochschleichen lassen. Dann geht es hier hinten wieder runter. Da haben wir das gerade. Für die Zukunft. Dann geht es hier steil wieder runter. Dann geht es hier wieder ein bisschen bergauf. Durch den Wald. Okay. Wunderbar. Schleudern wir das ganze mal. Wir kriegen jetzt sowieso genug Geld. Dann haben wir hier sogar die Connection direkt neben der Straße. Und dann können wir hier gleich einen Bogen machen. Schon mal so zumindest. Und dann. Na es war schon zu früh. Wir müssen den. Hallo. Danke. Wir müssen den Bahnhof hier ein bisschen. Komischerweise. Das ist doch das manchmal so ein bisschen. Wir müssen den Bahnhof hier noch erweitern. Konfigurieren wir den Bahnhof mal. Und setzen dann einfach hier Gleise hin. Dann haben wir direkt doppeltes. Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und dann. Eine enge Kurve oder nicht. Das ist ja die Frage. Ja ist ja Kopfbahnhof. Na ja ist ein Kopfbahnhof. Von daher. Machen wir es mal so. Äh. Und dann. Deuten wir jetzt schon mal die Verknüpfung hier an. Oh. Oh. Neues Fahrzeug. Russian Class T Type 1. Okay. So. Das ganze machen wir erstmal hier. Äh. Gehen wir einfach mal hier rüber. Können wir schon sowas wie kreuzweich oder sowas machen? Ne ne. Wahrscheinlich noch nicht. Äh. Dann ersetzen wir das. Äh. Dann binden wir das auch noch irgendwie da an. Das ist ja gar kein Problem. Haben wir dann eine andere Verbindung dazu. Eventuell. Mal gucken. Ähm. Ich werde kurz mal überlegen ob wir einfach hier rüber gehen. Sehr bestimmt auch nice aus. Hier so ein. So eine Landbrücke. Und man die Connection nach da ist sowieso lang. Ich glaube das wäre ein nicer Weg. Das ist echt ein nicer Weg. Ich glaube das mache ich aber wirklich. Einfach mal was neues probieren. So. Dann äh. Gehen wir einfach hier rüber. Mal gucken was daraus wird. Wir haben zwar nicht so viel Geld. Aber. Warum sollten. Okay. Eine Connection mit Hafen wäre schon interessant. Wir kommen hier aber sogar noch tatsächlich runter durch. Ne. Kommen wir nicht. Wer meint. Äh. Okay. Dann machen wir das hier so. Dass wir hier besser rüber kommen. Ähm. Wäre ja. Blöd. Aber müssen das jetzt hier punkten. Beim anderen halt nicht. Ist ja hier ein bisschen. Bescheiden. Ähm. Äh. Fälle noch einen runter. Das geht dann schon wiederum nicht mehr. So wird es noch drunter durchgehen. Weil ich das richtig mitbekommen habe. Dann könnten wir dann hier das so machen. Wärme. Scheiße. Ähm. Dok, 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 Dok. Die ride. Was ist hier. Das ist jetzt belastend. Das kriegen wir doch bestimmt hin. Das wäre doch gelacht, wenn nicht. Irgendwie einfach hier so drüber gehen. Ah, jetzt geht das. Na okay. Schön, dass einfach so Tiere rüberlaufen. Und dann geht das hier auch runter. Das Geld wird zu wenig. Wir verdienen zu wenig. Okay, ich muss das Geld wieder rein. Vielleicht belasten wir das auch erstmal. Das wäre ja auch mal eine Idee. Wie sieht es eigentlich mit dem Zug aus? Den Zug den wir haben. Noch ein Depot hier vorne. Für eine zukünftige Zweigleisigkeit sollte man vielleicht mal ein bisschen gucken, wo man das platziert am besten. Gleise. Jawohl Katze, ich lasse dich gleich raus. Ich lasse dich jetzt raus, damit du dich mal rumjaulst. Ich lasse dich mal raus, damit wir noch mal nebenbei muschen laufen. Little Boom. Das sind alles, halb니까. Bis zum nächsten Mal. Ich lasse dich mal raus. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Alles, ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, wieder da. Das Geld sollte langsam mal so ein bisschen wieder reinkommen. Fahrzeuge kaufen. Den T-Type nutze ich für die andere Strecke, weil die andere Strecke halt länger ist und wir da die Geschwindigkeit wieder ein bisschen mehr brauchen können. Zumindest fürs erste. Ist auch verdammt teuer. Eins, zwei. Scheiße. Das wollte ich nicht. Ich wollte ihn eigentlich nur hinzufügen. 250er Kapazität. Wir brauchen ein bisschen mehr Kohle. Verleihen uns mal ein bisschen was. Und machen eine neue Linie von Chongqing nach Xinyu. Und schicken ihn auch direkt auf Reise. Nennen das dann um. Chongqing. Ach, Xinyu. Xinyu. Eieieieiei. Boah, läuft. Das Geld kommt jetzt auch wieder so ein bisschen rein. Weiß ich auch daran, weil wir halt uns Geld genommen haben. Zinsen sind gleich. Das ist schon mal gut zu wissen. Sollten wir uns auch bald damit beschäftigen, wenn wir genügend Geld reinkommen, wieder so wirklich. Also so richtig Geld reinkommen, dass wir da ein bisschen wieder investieren, dass wir was rausgeben. Was sagt der Linienmanager vor die Treibstoffroute nach 9 Sekunden. Am meisten Geld kommt natürlich jetzt gerade mit dem Güterzug. Ach, mit dem Güterzug sag ich schon. Mit dem Personenzug ein. Da können 30 Leute mitfahren. Hier auch. In Raipur. Ich nenne es mal einfach Raipur. Nicht so viel, aber da brauchen auch gar nicht so viele Mitkörper an. Interessanterweise. Ja, das läuft ja schon mal nicht. Haben wir ja nichts. Hier haben wir halt nur... Fehlt uns halt noch ein besserer Zug als der Nikolas. Wie viel kostet denn der... ...Russian, die T-Type? Die T-Type kostet 508.000. Die wird zwar auch nicht wirklich viel schneller sein, weil wir halt noch den Nikolas haben. Äh, ja gut. Ähm. Nicht also trotz bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ähm. Und mal gucken. Vielleicht sehen wir uns nächstes Mal sogar schon mit einem äh... Mit einer Mitfahrt im passenden Stil für dieses Format. Und... Ich denke mal, das könnte man machen. Danach wählen wir halt diese... Hier das wunderbare Konstrukt, das garantiert nicht diese tropische Landschaft... Das idyllische tropische Landschaftsbild zerstört. Wären wir dann auch vollenden. Die Strecke. Nach Suni. Äh. Genau. Wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt, wie man das Projekt nennen kann. Was dem Projekt passen würde. Schreibt es in die Kommentare. Und äh... Ja. Dann wünsche ich noch einen schönen Resttag. Und wir sehen uns dann hoffentlich... Im äh... nächsten... Video wieder. Feuer und Transport auf Viva 2. Oder einem anderen Video hier auf dem Kanal. Müge군 Joens Sö味 Himmlung H calmer Irre B Dar em W Die Engel Entsche Speaking E